Prägend für den Weltruf der Universität Wien war, wie sich bei einem Rundgang durch den Arkadenhof eindrucksvoll feststellen lässt, unter anderem ihre medizinische Schule im 19. Jahrhundert. Skoda, der im böhmischen Pilsen als Kind eines armen Schlossers geboren wurde, war zusammen mit Karl Rokitanski, Büste 54, ihr Haupt- und Nestor. Er gehört zu den Wiener Pionieren, die sich von der bis dahin vorherrschenden naturphilosophischen Orientierung der Medizin abwandten und durch Spezialisierung und Entwicklung neuer Disziplinen die moderne naturwissenschaftliche Ausrichtung des Fachs begründeten. In der Hauptstadt der Habsburger Monarchie wirkte er über zwei Jahrzehnte zunächst als praktischer Arzt und veröffentlichte 1839 seine Abhandlung über Perkussion und Auskultation, die erstmalig eine präzise medizinische Diagnostik mittels Stethoskop und Abklopfen der Körperoberfläche beschrieb, indem sie Körperschall und Atemgeräusche differenziert analysierte. Bis heute beginnt mit einer solchen Untersuchung jede ärztliche Diagnose von Kreislauf und Atmung. Als Professor erwirkte Skoda die Lehre in deutscher statt in lateinischer Sprache und prägte in jahrzehntelanger Tätigkeit Schüler aus aller Welt, denen er die Einsicht in den Prozesscharakter von Krankheiten vermittelte. Er gehörte zu den wenigen Professoren der Universität Wien, die den bedeutenden Gynäkologen Ignaz Semmelweis, Relief 147, unterstützten. Sein Neffe, der böhmische Ingenieur und industrielle Emil Skoda, baute übrigens die Pilsner Maschinenwerke zu einem europäischen Industriekonzern aus, der vor allem durch seine Automarke bekannt wurde. Die medizinischen Geräte durften wir im Josefinum der MedUni aufnehmen und dafür möchten wir uns recht herzlich bedanken. Das Josefinum wurde 1785 vom Kaiser Josef II. gegründet, um Ärzte und Hebammen für den zivilen und militärischen Bereich auszubilden. Ein Jahr später erhielt die Akademie den Namen Medizinisch-Chirurgische Josefsakademie. Neben der Nationalbibliothek am Josefsplatz ist das Josefinum das einzige Repräsentativgebäude, das auf Josef II. zurückgeht. Heute sind neben anderem eine Sammlung von Wachsmodellen und historische medizinische Instrumente in einem kleinen Museum an Freitagen und an Samstagen zu besichtigen.